so hallo meine lieben jetzt hat das nicht ganz funktioniert mit dem video aber wie ihr seien bin ich schon am beschichten von dieser platte und es ist dasselbe material wie auf den anderen videos wie das funktioniert haben wir jetzt hier schon gesehen und heute geht es also nicht mehr ums material anrühren oder auftragen heute geht es nur noch was mache ich damit und ich habe heute mir vorgenommen was neues auszuprobieren also jetzt habe ich sie glatt durch spachtelt jetzt werde ich eine struktur rein machen ich werde also so grob wie möglich und in zickzack kreuz verfahren eine kleine struktur rein machen